Ich stehe mit meiner Frau in München in der Diskothek. Das überrascht uns jetzt, dass du in der Diskothek bist. Und meine Frau hat offene Schuhe an. Und da steht so ein Knallkopf nebenan und schmeißt zehn Gläser genau immer nebenan, bis ihre Füße geblutet haben. Füße geblutet. Okay, bin ich zu dem jungen Mann hingegangen, hab den an der Krawatte gepackt und hab gesagt, wenn er nur einmal ein Glas schmeißt, dann kriegt er noch Ohrfeige. Geh wieder zu meiner Frau, er schmeißt wieder ein Glas, dann kriegt er von mir noch Ohrfeige. Weißt du, was passiert ist? Ich war der große Buhmann, der nächste Tag. Und ich hab noch Geldstrafe gekriegt.